Was gibt's denn da für High-End-Turniere? Also, was hab ich denn letztens geschaut? Double Down hab ich geschaut gehabt. Ob ich die Namen davon jetzt alle noch kenne, weiß ich auch nicht mehr. Ich muss aber gerade bei sowas sagen, ich find's total toll, auch hier lokale Turniere mir anzuschauen. Finde ich häufig einfach noch viel spannender. Ja. Ah, wir haben jetzt Beißel gegen Justin. Und es geht schon sportlich los und Beißel teilt hier die ersten Prozente aus, vom ersten Stock. Ja, währenddessen Justin auf dem Sephiroth ist ja einer von den neueren DLC-Charakteren. Ist ja aus dem Fighters Pack 2. Die haben ja alle den Ruf, super, super stark zu sein. Genau, bei Sephiroth ist, glaub ich, das Spezial, sozusagen, dass er eine Form kriegt mit dem Flügel, ne? Stimmt. Wenn er einen bestimmten Schaden hat. Ja, das glaub ich auch. Ich weiß nicht, ist das schadensbasiert oder zeitbasiert? Ich glaube, es ist prozentual basiert. Also, wenn er eine bestimmte Prozentzahl überschreitet, kriegt er quasi andere, beziehungsweise stärkere Abilities. Ja, stimmt. Jetzt ist doch auch gerade der Flügel rausgekommen, oder? Genau, wir sehen's jetzt. Jetzt hat er den Flügel. Und jetzt wird's eben quasi gefährlich. Aber man muss eben schauen, wie du gegen die ganzen Projektile von Duckhand hier einfach arbeiten kannst. Ja. Und wie du da in Range kommst. Sephiroth hat ja zum Glück ne sehr große Range mit diesem großen Schwert. Ja. Man ist jetzt hier auf der Edge ein bisschen. Oh, wow. Das war ein früher Kill, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war ein sehr, sehr früher Kill, tatsächlich. Habe ich jetzt auch noch nicht mitgerechnet, dass das schon reicht. Ähm, aber ich glaube, ist auch ein bisschen leichter, Sephiroth, als es so aussieht. Ja, ich kann das auch ganz schwer einschätzen. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, aber... Die Frage ist natürlich, wie viel Schaden du hier einfach anbringen kannst, auch mit den Charakteren. Mhm. Und du bist jetzt auch ein Stock tatsächlich behind? Ja. Oh, aber... Nimm trotzdem relativ hohen Schaden. Genau. Also ist jetzt schon bei 45%. Ja. Also man muss halt gucken, dass man Beißel jetzt aus diesem Stock möglichst fix rauskriegt. Und Justin sollte eigentlich versuchen, möglichst wenig Schaden halt selber zu kassieren. Ja. Ich weiß nicht, was Sephiroth's Kill Condition ist. Ähm, auch Sephiroth gut edgegarten kann. Oh, aber die Art hier hat gereicht. Das sah doch super aus. Genau, das hat er mehrfach jetzt schon gemacht, mit der Art Bear da gearbeitet an der Kante. Und wirklich bringt hier eine Menge Kontrolle mit, aber kassiert jetzt gerade auch wirklich wieder viel von Beißel. Ja. Auf seinem Duck-Hand hier. Oh, und ich glaube, das war ein Miss-Input, das er nach oben gefeuert hat und nicht zur Station. Ja. Ist natürlich sehr schade, weil er jetzt den ganzen Stock hinten ist. Richtig. Er muss jetzt halt schauen, wie er da einen Stock quasi rausarbeiten kann, ohne selber zu viel Schaden zu kassieren. Aber Beißel ist hier wirklich proaktiv am Spielen und versucht wirklich viel Schaden einfach anzubringen. Ja. Und schafft das bis jetzt auch ganz gut. Bilde ich mir das nur ein, oder ist dieses Mal der Flügel viel früher gekommen als vorher? Oh, ich weiß es nicht genau. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es auch mit dem Stock-Stand zusammenhängt, wann der Flügel rauskommt. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich mich da richtig erinnere. Boah, das kann ich leider auch nicht ganz genau sagen. Aber prinzipiell geht es immer zu sagen, wenn er einen Flügel hat, ist er sozusagen stärker, als wenn er ihn nicht hat. Ja. Aber natürlich auch viel eher in Kill-Range. So, und jetzt ist er hier bei 130 Prozent wieder. Und die Frage ist jetzt, wie Beißel da edgeguarden kann. Oh, es sieht aus, als würde er super gut edgeguarden. Wow. Ja, der Ölkanister, der war natürlich super passend. Also, die Dose da, das war wirklich sehr, sehr stark. Und dass die erste Runde die Beißel sich hier sichern kann, heißt noch nicht so viel. Nee, wir spielen ja wieder bester Fünf. Das heißt, jetzt hat Justin auch viel Zeit, sich darauf einzustellen. Richtig. Irgendwie einen Gameplan zu erarbeiten. Ich weiß nicht, haben die beiden einen großen Rekord gegeneinander? Spielen die häufig? Boah, das kann ich dir nicht verraten. Ich weiß leider auch nicht, ob sie lokal sind von hier oder angereist sind. Also, ich weiß auf jeden Fall, Justin haben wir letztes NZ auch schon gesehen. Und der hat auf jeden Fall gegen Ruven gespielt, glaube ich, letztes NZ und so weiter. War da aber dann auch unterlegen hinten raus. Ja gut, weil Ruven gewonnen hat, werden das wahrscheinlich die meisten gewesen sein. Wahrscheinlich haben die meisten letztes NZ gegen Ruven verloren. Aber man hat scheinbar jetzt Agreement getroffen, einfach dieselbe Stage zu spielen. Ja, okay. Das heißt, es lag nicht an der Stage, das man hier verloren hat. Ich weiß auch nicht, was für Stages die jeweiligen Charaktere favoren. Also, weder bei Sephiroth noch bei Duckhand-Tour. Ja, bei Duckhand ist, glaube ich, es ist, glaube ich, relativ... Er kann, glaube ich, auf jeder Karte gut mit seiner Reichweite arbeiten. Aber es, glaube ich, fällt ihm leichter, wenn er nur eine Ebene zu kontrollieren hat mit seiner Range. Ja, das macht sehr viel Sinn. Stimmt. Würde ich vermuten. Ich habe auch das Gefühl, dass Beißel eine ganz gute Idee von dem Sephiroth-Match-Up hat. Ich habe gerade gesehen, Sephiroth hat ja diesen Debuff, den er applyen kann. Den finde ich immer sehr schwer zu schilden. Aber Beißel hat das richtig super gemacht. Ja, und der geht jetzt auch wieder early in Führung hier mit dem Stock. Kann wirklich... Wir sehen, er arbeitet sehr schön mit seinen Cans, also macht einfach sehr viel Schaden einfach. Ja, und hat auch selbst bisher nur 70 Schaden aus seinem ersten Stock genommen. Ja. Und was er auch sehr schön macht, ist eben dieses Edge-Guarden sozusagen. Er guardet sich selber, also er protectet sich selber davon, dass er recovern kann, indem er seine Projektile nutzt, um Justin an der Kante unter Druck zu setzen. Und ja, Justin ist jetzt schon fast auf gleichem Schaden, aber mit einem Stock hinten. Ja. Oh, das ist auch wieder eine schöne Kombo. Muss man jetzt aufpassen, dass die Dose nämlich wieder... Ah. Ja, aber auch wieder kommt die Dose nach vorne und Justin ist gezwungen, ins Schild zu gehen. Ja. Das war aber ein schöner Edge-Guard. Der war auch sehr wichtig hier tatsächlich, um jetzt in Stocks wieder gleichzuziehen. Und eventuell einfach ein bisschen Tempo auch zu gewinnen in der Begegnung. Ja. Jetzt hat er wieder seinen Schadens-Debuff draufgebracht und der extendet natürlich auch die Kombo super, wenn zwischendrin nochmal eine Hitbox rauskommt. So. Jetzt muss man hier wieder die Dose respekten. Traded hier wirklich viel Prozent hin und her. Ja. Und wir sehen, er hat Justin jetzt auch schon Conditioned, dass Justin wirklich zurückweicht, wenn Weißl am Recovern ist. Ja. Oh. Das ist viel, viel Schaden, den er einfach nimmt, for free. 140 Prozent inzwischen. Auf, Justin. Da kommt die Dose wieder. Trifft nicht ganz. Ja. Aber ich hab schon das Gefühl, dass Justin hier einen ganz guten Comeback macht. Also zwar hat er im Schaden immer noch ein bisschen den Nachteil, aber... Oh, das hat ja fast gereicht. Ja. Hat noch nicht ganz gekehrt. Ich glaube, er hat das... Also ein bisschen mehr Plan jetzt einfach, wie er dagegen spielen soll. Mhm. Insgesamt. Ja, und seine Arbeit mit dem Vorbau, der gefällt mir supergut. Er hat ja doch sehr viel Range. Und er nutzt auch sein eigenes Projektil mehr. Oh. Oh, okay. Das fand ich natürlich eine super Dose. Ja, Weißl jetzt aber auch ein bisschen angeschlagen schon. Das heißt, vielleicht kann man hier auf Justin-Seiten für den Finish schauen, beziehungsweise für den Kill. Ja. Ah, und jetzt hat er natürlich drunter gelitten, dass er draus so Conditioned wurde, so viel in den Kill zu setzen, dass er die Öffnung gegeben hat, eben auch für den Graph. Oh. Die schöne Kombo hier von Weißl mit der Dose. Weißl macht das wirklich gut, nicht zu sterben, wenn er seinen Stock behalten möchte. Das klingt so trivial, aber... Ist tatsächlich relativ wichtig, muss ich sagen. Auch gerade, wenn es dann mal knapper wird und man dann sagen kann, ja, man kann mit der Reichweite eben gut arbeiten. Ja, dann spielt er ein bisschen sicherer und auf einmal sitzt er lange, lange auf 140%. Oh, jetzt hat er sich aber mit seiner eigenen Dose getroffen. Genau, jetzt ist er auch wieder Offstage, aber kann hier einfach recovern, eben durch seine ganze Reichweite, durch die Projektile. Ja, da hat er sich einfach eine super Situation geschaffen, dadurch, dass Justin sich gar nicht mehr traut, ihn Offstage irgendwie zu engagen. Oh, das war aber ein schöner Down-Smash. Der war auch sehr wichtig gerade, tatsächlich. Weil man jetzt wieder Stocks ausgleichen kann. Trotzdem ein großer Rückstand mit 120% schon. Ja. Oh, da hat er aber aus dem Grab ausmatchen können. Aber, wow, das war ein super gutes Comeback. Ich bin total beeindruckt gerade. Das Finish, ich wollte gerade sagen, das Finish war echt richtig, richtig gut. Das war ein richtig guter Edge Guard und da hat er dann doch ein bisschen mehr Mut gehabt und ist trotzdem stehen geblieben, hat den Grab benutzt. Ist, glaube ich, auch gerade wichtig, dass man es in der ersten Runde oder beziehungsweise im zweiten Game schon ausgleichen kann, weil man gar nicht in diesen Rückstand kommt und Beißel eben nicht den Matchpoint gibt. Stimmt, genau. Sondern auf gleicher Ebene bleibt. Das heißt, sie haben beide ungefähr gleiche Belastung und man bleibt einfach auf der Karte und sagt wirklich, man will hier einfach selbe Charaktere, selbe Karte, hier geht es wirklich pur um individuellen Skill. Ja, aber sie haben eine andere Musik ausgewählt. Das kann ein richtiger Counterpick sein, um irgendwie die Szene zu setzen. Es bringt ja schon irgendwie eine Stimmung rein. Also das ist ja jetzt eine viel aggressivere Musik als eben. Wer weiß, vielleicht hilft das Sephiroth. Gibt mir schon aggressivere Vibes als das Dacantor. Ja. Wir werden es sehen. Das stimmt. Da kannst du eben noch nicht viel zu sagen. Wichtig ist eben jetzt, wer nimmt hier den ersten Stock? Wer bestimmt das Tempo der Begegnung? Ja. Und gerade hat Justin hier ganz gut Schaden gefunden, aber man tradet noch fleißig gehen. Also da ist jetzt noch nicht wirklich irgendwas verloren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Justin vielleicht den übermäßigen Respekt vor Dacant verloren hat und ein bisschen stärker engaged. Und er muss ja schon irgendwie näher rankommen. Er hat ja nur sein Schwert. Genau. Dacant arbeitet schön auf Reichweite und Justin muss eben gucken, wie er diese Lücke schließen kann, um fleißig gegenzutraden. Er hat auch die Taktik übernommen, sich auch mit Projektieren zu covern, wenn er zur Stage zurückkommt. Ja. Wahrscheinlich eine sehr gute Idee ist. Beide jetzt auf fast 100 Prozent, auf 97. Also. Unglaublich ausgeglichen. Es ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen, ja. Bis jetzt jedenfalls. Oh, da ist so eine schöne Abwehr. Ja. Und die zweite Abwehr. Die zweite Abwehr, genau. Sehr schön tatsächlich. Jetzt den ersten Stock in Führung. Das heißt, Justin muss jetzt gucken, wie er das ausgleichen kann. Ist aber auch nicht weit davon entfernt. Ich glaube, er könnte jetzt relativ bald schon killen. Ja. Aber Beißel macht hier wirklich noch sehr, sehr viel Schaden auch. Oh, wow. Oh, schöner Grab into Up, ja. Schon direkt wieder den Wing rausgebracht. Ja. Oh, jetzt maybe die Chance. Ja, der Echtheld hat noch nicht gereicht. Kann man jetzt hier edgeguarden. Schade. Oh, die Ledge-Trap hat gut funktioniert. Ja. Und jetzt setzt er auch wieder seine ganzen Sachen nach draußen. Oh, schön mit der Ken gearbeitet. Von Justin hier. Oh. Oh, sehr schöne Backpack. Ja, ja. Ja, auch jetzt 170 Prozent auf Duck and Do. Der fliegt tatsächlich raus und stirbt hier. Jetzt muss er natürlich wirklich aufpassen, nicht zu sterben. Er hat ja noch seinen Wing draußen und kann das vielleicht auch als Vorteil nutzen, um jetzt doch nochmal viele Prozente zu machen. Ja. Aber er arbeitet jetzt hier ganz gut eigentlich mit den Kombos. Schöne Up-Air. Oh, die zweite. Oh, und da war die Dose. Ah, er kann nochmal becovern hier, tatsächlich. Ja, er hat aber Super-Schaden aufgebaut dafür, dass es nur so kurze Zeit war. Jetzt habe ich tatsächlich nicht mal gesehen, was ihn gekillt hat. War da eine Dose? Oder? Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, es war auch nur Up-Air sonst. Wow, aber der F-Smash equalized sofort. Ja. Das ist sehr, sehr gut jetzt hier. Even Stocks, even Damage. Und hier geht es wirklich. Super, und er hat auch wieder alle drei Debuts auf Beißel drauf. Ja. Er hat es aber geschafft zu schilden. Ja. Man arbeitet hier wirklich mit den Trades. Ich sehe schon eine ganz große Entwicklung auf jeden Fall seit Game 1. Die haben sich super aufeinander eingestellt. Jetzt hier aber 90% ist schon wieder auf Justin. Da muss er jetzt ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu viel kassiert. Ja, stimmt. Ja, es ist ja auch schon der letzte Stock für beide. Richtig. Und Beißel jetzt hier wirklich, die Kombos sitzen hier, die Dosen machen wirklich viel Schaden. Und oh, da ist der Up-Air. Wow, das war eine super Kombo. Ja. Ist auch super killkonform gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob das true ist. Ich kann das nie sehen. Andere Leute schauen da drauf und wissen sofort, dass es eine true Kombo war. Das kann ich leider nicht verraten. Da bin ich auch zu unerfahren drin, um das zu beurteilen. Ja, aber jetzt sind wir bei 2-1. Ja. Und wir sind ja auch im Losers. Das heißt, jetzt ist es auch Tournament Game für Klassik. Genau. Also, jetzt hat Beißel halt die Matchpoint sozusagen. Und Justin muss jetzt ein bisschen gucken, ob er wieder zurückkommen kann hier. Also, wir haben ja die Ansätze gesehen. Wir haben gesehen, da kann wirklich viel Schaden auch ausgeteilt werden. Und wenn man eben in Close Range kommt gegen das Dakantuo. Und da wirklich gut auch arbeiten kann mit dem Kit. Ja. Dann kann man da schon einiges noch machen, denke ich. Ah, ich sehe jetzt auch, das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, dass Beißel auch seine Projektile nutzt, um sich eben gegen diesen Fluch von Sephiroth zu wehren. Und gegen das eigene Projektil. Genau. Das ist, glaube ich, bei Dakantuo irgendwie gefühlt so eine Sache, die sich ja durch alles zieht, haben wir eben gesehen gegen DDD schon und so weiter und so fort. Dass eben immer diese Projektile auch dazu benutzt werden, sich selber einfach zu verteidigen. Dass es eben nicht pure offensive Tools sind, sondern eben auch sehr gut in der Defense. Ja, stimmt. Und Sephiroth kann sich auch nirgendwo sicher fühlen. Selbst wenn er recht weit weg steht, kann er nichts chargen, nichts machen. Sondern müsste eigentlich schnell approachen, denke ich. Genau, er müsse eigentlich relativ schnell in Close Combat gehen, aber Kassete halt schon wieder 95% wieder angesammelt. Ja. Wenn er da in Close Franchards kommt und Beißel die eine oder andere Combo reindrücken kann, dann hat er hier Chancen, denke ich. Aber die Schwierigkeit ist, ob er das zulässt. Und Beißel macht es natürlich super gut, ihn sich vom Leib zu halten und immer wieder dafür zu punishen, dass er zu schnell versucht zu approachen. Ja, und führt jetzt auch wieder den ersten Stock, hat kaum Schaden kassiert. 34% ist ja eigentlich so gut wie gar nichts. Ja. Sehr, sehr schön. Und damit ist er auch schon im Schaden wieder vorne. Ja. Ja, Dresden tut sich gerade noch ein bisschen schwer, aber muss jetzt langsam halt eben da, oh, ja, wohl, never mind, der tut sich nicht schwer, das war eine schöne Combo jetzt mal. Ja, aber er hat es leider nicht geschafft, Beißel Offstage zu bringen. Ja. Das wäre wahrscheinlich ein großer Vorteil für ihn gewesen. Ja, ist jetzt auch selber wieder an der Edge gewesen und kassiert hier wirklich viel, viel, viel Prozent, obwohl er schon ein Stock hinten ist. Aber er hat ja seinen Flügel draußen, also vielleicht ist das genau, was er gebraucht hat, ein bisschen mehr Schaden zu nehmen. Es gibt ja doch recht viele Charaktere in diesem Spiel, die stärker werden, je mehr Schaden sie genommen haben. Ah, schöne Edge-Guard hier jetzt von Beißel. Macht ganz guten Damage. Aber ist jetzt auch wieder zwei Stocks vorne. Ja, eben. Also, Justin hier schon in seinem letzten Stock und potenziell, wenn er halt den Stock verliert, dann war es das halt auch. Das war sehr schön. Das war Edge-Guard, ja. So, aber jetzt... Ist sehr tief gegangen. Er muss jetzt trotzdem wirklich immer noch einen ganzen Stock von Beißel abziehen, bevor man hier even ist. Ja. Was Sephiroth durchaus kann. Ja. Er muss nur in die richtige Situation kommen. Also ich sehe, er fischt ja so ein bisschen noch für diesen Down-Smash, der auch ein Shield-Pract ist, ähm, potenziell. Aber er ist halt unglaublich langsam. Ja, es ist halt schon... Er kassiert jetzt 70 Prozent in seinem letzten Stock und ist jetzt hier eben... Oh. Oh, er hat sehr schön das Fass reflektiert. Ja. Das war tatsächlich sehr gut. Jetzt hat der Beißel hier auch auf der Edge und kann vielleicht... Oh. Ja. Ja, super. Nice. Ausgleich. Letzter Stock. Damit hat er doch wirklich eine Chance jetzt. Also dieser 80 Prozent. Das stimmt. Er hat den Wing. Er hat eben die Abilities und macht da eigentlich auch ganz guten Schaden. Ja. Muss halt jetzt schauen, dass er selber nicht so viel kassiert und eben gut weiter reinkommt. Ja. Und ja, jetzt gerade die Dose, die Frisbee. Jetzt ist er auf der Edge. Und das war's. Aber es war ein schöner Versuch. War ein schöner Versuch. Ja, muss man sagen. Ich war spannend noch gegen Ende. Ja. Aber wir sehen Beißel weiterhin. Beißel weiter. Der hat noch nicht genug Screentime gekriegt. Er sagt, er will noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Ja, und bald sind wir doch... Ja, und bald sind wir doch noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde.